Hi Leute, ich habe mir dann so gedacht, langweilig, lebt Digga, mache ich erst mal ein Video. Deutschland ist jetzt im Herbstwinale. Ich wette mit dir, dass wir gegen Brasilien gewinnen, aber dann noch Niederlande im Finale steht. Gegen Niederlande gibt es Elfmeterstiegen. Mir war langweilig und jo, ich wollte halt nur sagen, was wollte ich sagen, ach scheiß drauf. Egal, vergesst das alles, was ich gesagt habe und jo, tschau tschau ne, also, ja, hat euch das Video gefallen? Und dann Daumen nach links. Na, das ist euch nicht gefallen, Daumen nach links. Nie nach unten. Das war schlecht für euch. Und abonnieren nicht vergessen. Ciao, ciao.